Halsdorf, Gemeinde Rohrathaus. Haben so ein paar Regen-Tropfen oder sonst woher. Da werden wir ein bisschen angenässt. Hier viel Fachwerk. Wie alt ist aber im Rohrathaus. Da haben wir schon was Neues gesehen, was ganz Neues. Hat schon ein neues Gesicht gekriegt. Was haben wir denn hier alle jetzt? Das ist ja auch nicht so. Aber nicht so. Halsdorf. Ja, Süße. Was wär's denn? Wieder nehmen wir noch mit da. Wir sind außerhalb. Wir werden auch gezeigt werden. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt.